Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Profiamateuren hier auf unserem Gartenkanal. Wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November, der Herbst hat Einzug in den Garten gehalten, aber die letzten Früchte sind noch auf dem Garten verblieben und die möchten wir jetzt ernten. Deswegen wollen wir heute euch mal ein bisschen zeigen, wie wir so die Stangenbohnen ernten. Ihr wart ja dabei bei der Aussaat, der Herbststurm hat die Gerüste jetzt ein bisschen umgeschubst, umgeblasen, aber nichtsdestotrotz hängen die noch voller Bohnen, Feuerbohnen waren das, die grünen Stangenbohnen, die Neckarkönigin habe ich schon geerntet, weil die isst man ja mit Schoten und die Feuerbohnen isst man ja nur die Kerne innen drin. Ja, im Optimalfall sehen unsere Bohnen so aus, die Hülsen sind vertrocknet, von außen würde man denken, die Bohnen wären schlecht oder es wäre nichts mehr drin, aber wenn man jetzt sich die Bohnenhülse anguckt und einfach mal die Schote öffnet, sieht man, wie die Feuerbohnen wunderschön da drin liegen. Richtig schön groß, also richtig schöne Bohnen. Ja, ich habe jetzt schon die Wochen vorher immer mal wieder geerntet, habe die vertrockneten Hülsen abgemacht, aber natürlich haben wir jetzt auch noch solche Hülsen da und ich habe einfach keine Lust mehr zu warten, bis die trocken sind und auch bei dieser Witterung kann es sein, dass sie dann eher verfaulen, wie dass sie trocknen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die auch abzumachen. Normal rate ich euch bei der Ernte von Bohnen irgendwas Scharfes zu benutzen, eine Heckenschere, eine Gartenschere, eine normale Haushaltsschere, weil die sind ja nicht, da muss man ja nicht viel durchschneiden. Ich habe hier meine Primus Gartenschere, die verlinke ich euch nochmal unten. Wir haben auch ein Video dazu gemacht. Schaut es euch an, wenn ihr auf einer Suche nach einer neuen guten Schere seid. Ja, was ich damit sagen wollte ist eigentlich, dass ihr, oder dass ich immer eine Gartenschere benutze, wenn ich die Bohnen ernte, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendwelche Blüten, die ja noch, die Bohnen reifen ja sehr unterschiedlich, dass irgendwelche Blüten abgerissen werden. Und deswegen benutze ich immer eine Schere. Aber nachdem die Bohnen jetzt eh im Herbst wegkommen und das die letzte Ernte sein wird, kann man die auch mit den Händen so weit es geht abrupfen, weil man einfach nichts mehr befürchten muss, dass irgendwas abreißt. Es sind keine Blüten und keine kleinen Bohnen mehr dran. Ja, ich mache das jetzt noch fertig und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Bohnen aus den Hülsen tun. Ja, wir sind jetzt an einem Tisch angekommen. Ich habe mir die Bohnen hier zurechtgelegt. Wie gesagt, das waren ja diese Feuerbohnen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Schoten an, was da für drin ist. Zuerst die schön abgetrockneten. Ich mache sie jetzt einfach mal aus. Und wie ihr seht, kommen uns da schon wunderschön gemusterte, leckere Hose Feuerbohnen entgegen. Ich finde, das ist mega interessant. Von außen scheinen die Schoten oder die Bohnen kaputt zu sein, verschimmelt zu sein. Und von innen kommt dann die Überraschung. Und es gibt so schöne Döhnchen. Also die Vertrockneten haben schon mal eine sehr schöne Frucht aufzuweisen. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Stadien an, wie die aussehen. Hier habe ich jetzt mal so eine halb Vertrocknete, aber die ist noch elastisch. Also die hat noch mehr Feuchtigkeit. Die machen wir jetzt mal auch. Und auch hier schöne Bohnen. Schauen wir noch mal weiter. Hier habe ich auch jetzt noch so, die sind noch ein bisschen feuchter. Aber von der Qualität hat das gar nichts zu sagen. Die sind echt groß, wenn man mal den Finger daneben legt. Jetzt mal so eine. Die ist noch relativ grün. Was auffällt, dass die... Wow, die sind richtig dick, ey. Was auffällt, dass die wesentlich größer sind. Wie die anderen. Aber vielleicht liegt es daran, dass die einfach mehr Feuchtigkeit noch haben. Und dass die noch deswegen größer sind, weil sie einfach mehr Wasser haben. Aber die noch abtrocknen werden. Und dann werden die wahrscheinlich auch noch ein bisschen einschrumpeln. So, dann machen wir die hier noch auf. Und jetzt bin ich schon gespannt auf die grünen Schoten. Wie die aussehen werden. Also die sind jetzt richtig grün noch. Die sind noch hart. Die gehen sogar ganz schön schwer auf. Also, wie man sieht, die ist leider noch nicht reif. Aber da sieht man mal schön, wie die kleine Bohnen hier die Farbstoffe entwickeln. Die später mal so aussehen wird. Aber die war leider nichts. Schauen wir mal weiter. Ob die grün alle nichts sind. Aber die sieht hier schon anders aus. Also die ist genauso grün gewesen. Aber hier sind richtig dicke Bohnen drin. Sie sind einfach nur ein bisschen heller. Wenn man jetzt sich... Die war hier trockener. Und die war aus der hellen Schote. Ja, die sind einfach ein bisschen heller. Und ich schätze mal, wenn man die jetzt zum... Bleibt da. Wenn man die jetzt zum Trocknen hinlegt. Dass die dann noch dunkel werden. So, ich habe jetzt ein paar gepult. Das macht echt richtig Spaß. Die grünen gehen ein bisschen schwer auf. Aber die trockeneren... Echt lustig, die aufzumachen. Wie ihr bestimmt mitgekriegt habt, als wir die Bohnen gesteckt haben, hatte ich auch eine andere Sorte. Und das war die Stangenbohne Neckarkönigin. Und die Bohnen ist im Gegensatz hier zur Feuerbohnen eher als Schotenverzehr geeignet. Ich habe hier trotzdem noch welche gefunden. Schoten von der Neckarkönigin. Und die wollen wir jetzt mal aufmachen. Also die sehen richtig gammlig aus. Richtig verfault. Mal gucken, wie es innen drin aussieht. Und wie wir sehen... Da sehen wir die typischen kleinen weißen Böhnchen. Wie beim Saatgut von der Neckarkönigin. Auch hier drin. Wow, das sieht echt toll aus. Von außen so schlecht und von innen so schöne kleine weißen Bohnen. Also man sieht auch jetzt mal hier den Unterschied von der Größe. Die Neckarkönigin, die habe ich eigentlich jedes Jahr. Das ist eine schöne Stangenbohne. Die hat keine Fasern. Und sehr ertragreich, pflegeleicht. Und hier werde ich mir jetzt die restlichen Böhnchen raussuchen. Die werde ich nächstes Jahr zu meinem Saatgut, was ich dann noch dazu kaufen werde, weil das sicherlich nicht reichen wird, mit ein... Ja, dazu stecken die Böhnchen und schauen, ob die auch austreiben. Ja, das war heuer mein erstes Jahr, wo ich auch die Feuerbohne angebaut habe. Ich hatte sonst immer nur die Neckarkönigin. Und ich bin einfach fasziniert von diesem schönen Muster hier. Ich habe von der Monstranzbohne gehört, die so eine kleine Monstranz auf der Bohne hat, aus der man auch Rosengrenzen machen kann. Die möchte ich nächstes Jahr unbedingt anbauen. Wenn jemand eine Adresse kennt, wo man diese Bohne beziehen kann, die Monstranzbohne, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine Präumatnachricht. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr auch eine Bohnensorte kennt, die hier so tolle Muster hat oder so schöne Bohnen entwickelt, schreibt es einfach in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Die würde ich dann nächstes Jahr auch gerne mal anbauen wollen und mich über die schönen Farben erfreuen. Ja, das war es auch schon. Zu unserer Bohnenernte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte es so sein, dann lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder auch die Sorten. Das würde mich echt freuen. Lasst auch Kritik da, wenn euch was nicht so gefallen hat. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr unser nächstes Video anschaut. Bis dahin. Das war es. Euer Alex von den Profi-Amateuren. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.